Lange Fußfahrten ins Irgendwohin Kauft ein Moped Dauert die Fahrt trotzdem lang Auch wahr, eigentlich Aber wenigstens haben sie über solche paar Sachen immer so geile Munker Die Wirtschaft schaut aber auch ziemlich runter gekommen aus, um ehrlich zu sein So, wir sollten anscheinend da sein Ja, hoffentlich Naja 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 Nicht einmal nachher ausgestiegen und wir werden schon angepöbelt Wir quatschen mit ihr Redest du so auch jeden anderen, was du siehst? Ja Naja 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 Ich habe mein Lader-Ticket hier und wundervoll, um den Bus zu passen zu werden. Stress machen und dann selber zu spät kommen. Das sind wir die Liebsten. Ich frage sie nicht. Ich frage sie nicht. Ich frage sie nicht. Ich weiß nicht, Prescotts! Die Prescotts haben viel Kraft. Sie können die Stadt wiederholen die Stadt Prescot Bay. Wenn das dir viel sagt. Kennen? Ja, jeder Kennen. Ich habe Digger gehen. Happy Fishing out there. Happy Fishing! Lass ihn fischen. Lass ihn fischen und bis zu... Pass drauf. Drittes Foto. Schild da oben der Wall. Drittes Foto. Ganz easy. Schild da oben. Entschuldigung, Herr? Kannst du in die Stadt glauben? Die Welt ist auf Feuer und unsere große Hinweise ist Schnee. Ich kann gar nicht warten für nächste Woche große Geschichte. Clouds! Der Schnee war ziemlich wunderschön. Er war gerade im Mittelpunkt eines warmes, sonnigen Tag. Uhhh. Global warming bullshit. Es ist der Nordwest. Schnee passiert. Ich lerne, wie die Arcadia Bay boomt. Das Papier kann nur darüber sprechen, oder über die missingen Mädchen. Der ist auch gerade so froh, dass du ihn angesprochen hast. Ich glaube. Ich fisch. Er ist nicht alle in dieser schade Stadt. Rachael Amber. Das war die Dorf-Nut. Nein, sie ist nicht Schlumpfina. Ah. Ah, ja, 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 ja. Ich habe eine eigene Familie. Ich war immer in Probleme. Ich bin mit einem wirklichen Mann. Er ist mit einem wirklichen Mann. Sein Name ist David Madsen. Er hat mir gesagt, dass ich eine Arbeit bekomme. Scheiße. Ich bin nicht sicher, was Joyce sieht in ihm, aber er besser hat ihn richtig gemacht. Wie lange hast du in Arcadia Bay gewusst? Ein 1000 Jahre. Ich habe die gleichen Veränderungen als die Stadt. Ein 1000. Okay. Dafür hat er sich aber gut gehalten. Was veränderst du in der Stadt? Es dauert ein Leben lang, um es zu sehen. Es gibt hier viel Schönheit, aber auch viel Schmerz. Die schuldige Bastards, die diese Stadt verhörten, die Menschen aus der Arbeit bringen. Aus dem Haus. Wie ich. Entschuldigung. Sie sind Jahrtausende alt und hast die Sonne? Ist das jetzt eine Anspielung? Ich glaube, Square hätte nicht einmal ein Vampir gehen, worauf sie anspielen können, und auf einen vielen. Waren sie schon mehr Spiele in Arcadia Bay. Ja, Red Room. Sie sind immer 14 Jahre. Sie sind immer 14 Jahre. Sie sind den King anspielen, und es sind viele da drin. Sie sind immer 15 Jahre. Sie sind immer 15 Jahre alt. Sie sind immer 15 Jahre alt. Sie sind immer 15 Jahre alt. Ich muss jetzt gehen. Tschüssi! Ein Ravoof? Genau. Pass auf. Nein, nicht zu schnell. Das ist das vierte Foto da hinten. Na, der schläft aber sicher nicht nur die harte Arbeit aus. Pizza! Na gut, haben wir sie mal einen, oder? Ein Rastück! Na gut. Mann, der Schmuck von Frühstück und der Schmuck von Schläger macht mich wieder 13 Jahre alt. Nach neun. K-Bay 7 News will explore the mystery of yesterday's ungewöhnlichen Schnee in einem warm und sonnig, late afternoon that confused and delighted Arcadia Bay residents. Wir sprechen mit den Portland Meteorologen in der Region und schauen Sie sich an einige der lustigen Videoreaktionen auf die wunderschöne Schneeflurie. Wer weiß, vielleicht war die Mutter Natur ein Prank... Ja, genau. Rachel Amber. Kate Marsh, love you long time. Das ist so gemein. That graffiti has been here forever. So, und da auf dem Badezimmer eins von diesen Graffitis am Spiegel genau fotografieren. Nummer 5. Da ist noch ein Reh. Bambi's überall! Und dann... Der komische Frau. Ja, aber freundlich! Mega freundlich! Ich würde lachen wenn er Pfannkuchen essen hätte. Was willst du? Ich fühle mich wie Scheiße. Ich habe zu viel Bier. Also schreib mich, bitte. Lass mich schlappen. Hallo, Herr. Hallo, junge Frau. Du siehst ein bisschen verloren. Ich bin hungry. Ich bin hungry und denke, was zu essen. Das ist ein reales Problem in den 2 Wels. Ich kann nie entscheiden. Joyce's Pumpkin Pie oder Grilled Mac & Cheese. Ich weiß. Sie kennen alle. Sie kennen alle. Sie kennen alle. Sie kennen alle. Was machst du? Na, ich habe einen Ruf. Und die wollen ihn auch nicht haben. Nein. Gerade über die hat er kein gutes Wort. Was? Hat die mich gemeint? Er hat gern mich gemeint. Sie gemeint? Ich muss los. Ja. Ja. Genau, noch ein Donut-Café und dann geht's an die Arbeit. Klischee, klischee. Ja, ist. Hallo, Max. By the way, I know you saw me in the dorm. Ja, mehriger sind sie Donuts, bei uns sind sie Laverkiss-Sammeln. Ja, I saw you coming out of the famous room. Ja. Genau, die haben einen Rekstatt. Ja. 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 Man sollte nicht schwänzen. Du sollst studieren, BADBOY. So, wo ist alles dein Haus, Schule? Schule? Speaking of Buds, I saw your bro Trevor sneaking out of Dana's room. Trevor finally told me about him and Dana hooking up. He got there first, so I snooze and I lose. See you later, Max. A good loser. Why do you have to do that? Now set yourself up and do something to mess. In the niche. A good old... ...20er... ...Jazz. And there she is! That's Miss Winger's Jazz! SONK! It's nice to see you again. You look the same. Hm. Like I'm still a waitress at two whales after all these years. No, like you still look pretty. Nice save, kid. You're still smart. But I wish you'd been here to help save Chloe. She got busted yesterday, smoking out. Again. I know. Chloe told me that her stepfather hit her. I am sorry that was your introduction to David. I hope you get to know him on your terms, not Chloe's. He's a good man. He just... Yeah, I'm sure he is since you married him, but... Don't be so harsh on Chloe. It's good you're here. I was hoping you could be a good influence in her life now. I will be. I will be. Promise. I know things were hard for you and Chloe. I feel bad I didn't call. Now my folks are in Seattle and I'm all alone at Blackwell. It's my karma. You did the right thing. You moved forward with your life. I did after William passed on. Chloe... Chloe chose to stay angry. Anyway, I hope we see more of you. Chloe needs an old friend again. I'm sorry about William. I have great memories of him. I'm glad, Max. That was his gift to us. Wonderful memories. Even if clearly doesn't understand yet. Uh... Is it... Puta-babel-are-sebel-pitte? And is it chic-case-sebel-pitte? Oh, he must have changed a lot during that time. Oh, she hit all the phases. Expulsion, running away, drugs, bad boys, tattoos, piercings, blue hair. Now she's got to rebel against her stepfather. I see why. Well, if he says that, I would rebel too. What did Chloe tell you? I don't know. It doesn't matter to us, but... Maybe he doesn't know what kind of guy he is. But you're right. Chloe doesn't have to tell me anything. I just know how David is at Blackwell. You know what happened. David slapped Chloe. He fucked up. She just got slapped. And it's not fair. He paid his dues in a war. He does care about her. Along with all the students at Blackwell. Yeah. There's no reason to beat her. That's not a excuse to hit her. He's an adult. I don't like it even, Max. David swore, it would never happen again. He's true to his words. I just want us to be a family soon. I guess... I guess it's all about time. I think you're right, Joyce. So. Now let's get down to the nitty gritty. Everything. What do you want to eat? Who's for bacon omelettes? You and your eggs. Hey. Now finish your coffee. Every game needs eggs. There we need eggs. In Seven Days I find all eggs eggs. Everywhere eggs. Eggs, eggs. We need eggs. I already said Oli Khan. Bacon is 12 o'clock hot. I love nerd graffiti. Warren must have been here. The only thing that's changed on the menu are the prices. That's good fun weapons. Ha 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 ha. The clue lets you have a nice time. The lighthouse looks so mysterious. I wish I could stay in this moment forever. I guess I actually can now. But then it wouldn't be a moment. It looks like you had plenty. Stick with bacon. This is like 4th dimensional Deja Vu. I keep going back in time. Now she's talked about herself, right? What kind of dive is this? I think she thought. Yeah, yeah. No, it's already clear. But that's nothing. No, no, no. I can hear your stomach rumbling from here, Max. Here. You'll love this. I'm drooling like a baby. Ha ha. Ha ha. Still can't believe you're a woman. When I look at pictures of Chloe... Ah. Hm. Speak of the devil. ... Of course. Mom and Max, together again. And Chloe looking for a free meal. You put your whole damn college fund on your tab. I'm treating Chloe for breakfast. I'm treating Chloe for breakfast. I'm treating Chloe for breakfast. I don't know. This is my treat. To you. For coming back to rescue my daughter. Nobody needs to rescue me. Unless you set your room on fire smoking out. Oh god, here it comes. Didn't you and Sergeant Pepper already read me the riot act last night? Call him David if you don't want to be lectured. You only get one damn slice of baking cake. The Maxi is there right there. So. She makes it look like that. You guys are spilling the sun. And another reason to blow this town. And another reason to blow this town. What is this shit on the jukebox? Now that that's out of the way. A lot of jukebox. Let's talk about your super power. I don't have any explanation. And I can't explain why I saw that crazy fucking tornado. Come on. That's just a daydream. I want proof you can be one time. This is all happening so fast. We'll start slow. Right here. Now. I can tell you every single thing you have in your pockets. You have x-rayed them. You said I didn't even know it's my pockets. Let me see. Okay, Max. Impress me. Do you know it's not easy? Let's try it again. Yeah, yeah. Dog, wait so easy. I need details. Describe my kitchen. I think he's a teddy bear. Oh yeah, and he doesn't even look like that. Just like your necklace. That was so wrong, Max. Okay, psychic girl. Let me show you what's actually in my pockets. That was beyond epic fail. You made me want to believe you. You made me want to believe you. Okay, Max. Set every item carefully. Don't forget anything. a panda bear. Merken? Panda bear. kazoo it. 7. 7 cigarettes. retten was war denn das 75 und 5 cent sind 80 2 4 86 sind 10 34 9 ok 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 jetzt jetzt lasse ich und jetzt flaschen wir die beste fangen wir mal mit dem geldern wieso das ist die komplizierte so zahl ich habe 6 oder 80 86 sind das richtig live in large in arcadia bay so was cool show me more a parking ticket you know me well but what is the exact time i was busted 10 34 am yeah max can tell time even a broken clock is right twice a day what is the hell that means i'm pretty sure you have cigarettes on you yes you know i'm a smoker but how many cigarettes 7 cigarettes a superpower that allows you to count cigarettes cool amazing something else in my pocket your car keys yeah crow schlüssel anhänger details describe my keychain pixel des herz wäre auch cool not bad super max banger rag jetzt schlugt einmal jetzt startet kurz die luft ich habe literally just got chills all over my neck goosebabs you have powers sag dich das crap off the table chloe sure mom Das ist so eine Bratwende! Das ist so eine Bratwende! Okay, konzentrieren wird. Da! Und ich glaub... ...ebenfalls, dass der... ...kübe... Okay, klar, klar. Ihhh, eine Kaka-Laka! Die werden wir im ersten Mal komplett übersehen haben. Das ist sicher die Hölle besser, als das andere Garbage. Ich denke, unsere Jukebox ist für Davy Jones' locker. Davy Jones? Ist er nicht gefahren? Ja. Fluch, Fluch, Fluch der Karibik? Es ist Johnny Depp, Sir! Ja. Vier events, die in den nächsten... ...30 Sekunden oder so. Ehh... Trucker. Der Trucker zerstört seinen Mug, und... ...Joyce zerstört ihm eine neue. Also, was passiert nächstes Mal? Ich sempatne Fiat-Afon. Der Kumpf bekommt eine emergency alerte auf seinem Radio... ...und sein Partner in der Auto... ...liegt ohne ihn. Ich kann schon was sagen. Ich konzentrieren! Lesen! 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 Das geht nicht. Und Kaka-Laka drüber, glaube ich. Kaka-Laka! Die Kaka-Laka! Die Kaka-Laka! Mal gucken, mal gucken! Vielleicht sollten wir Lotto spielen... ...mit dieser... Kaka-Laka. Ah, nee, nee, so was- So was darf man nichts. W- ... Der ist weg! Wie viel so passieren kann in einer Heimgesunde in einem Kaffee? Wie kann man da essen mit einer Kakerlaken rumrennen? Was? Du weißt nicht? Ja und vor allem sie weiß es doch eh nicht! Schau dir den Nacken! Zu viel Blut? Hey, bist du okay? Zu viel Entspannung! Mal sehen, was passiert, wenn wir wieder aufhören. Dann gehen wir zu einer meiner secreten Läher und testen deine Kraft! Du brauchst einen Seitekick, um dich zu stecken! Okay, Frau Wanderer! Show mir die Weg zu Chloe's Gabe! Und das halbe Essen stehen lassen! Wofür wir es nicht bezahlt haben! Das ist ja... Das ist ein Desaster! Es... Nein! Ich bin sprachlos! Hey, mein Handy! Hollywood! Für die lassen wir sie stehen! Ich sehe, wie du rollst! Also gehst du! Chat mit Kate Marsh von Blackwell! Ich habe auch andere Leute, die mit zu hangen. Danke! Definitiv! Hey Kate! Die brauchen uns! Bitte! Lass deinen besten Freund in den Weg kommen! Bist du okay? Ich versuche, Kate. Ich werde nicht vergessen. Ich versuche. Ich versuche. Du machst dein Hausarbeit und dich nicht zu stressen. Ich denke wirklich nicht, dass wir jetzt in das gehen müssen. Ich kenne dich später, okay? Danke, Max! Wenn du lieber chill mit Kate gehst, bitte! Bitte! Wirklich, das war echt nicht schlimm. Ich bin chill mit dir, okay? Für jetzt! Let's rocken! Ist ja nicht so, als wäre die jetzt 15 Minuten da gehängt und sich ausquatscht. Es ist so, dass Chloe und Joyce in einem Argument haben. Warum guckt er uns nach?